Herzlich Willkommen zu dem heutigen Video über das Nibelungenlied. Ich habe mich tatsächlich ein ganzes Semester mit dieser Thematik beschäftigt und war sehr begeistert von der facettenreichen Handlung, die in dem mittehochdeutschen Werk zu finden ist. Nach der Einführung über grundlegende Daten würde ich gern auf die Handlung eingehen. Diese ist besonders komplex und vor allem sehr spannend. Zahlreiche Themen werden angesprochen und so lohnt sich das Werk besonders gut, um die Literatur des Mittelalters zu behandeln und vielleicht auch kennenzulernen. Wir haben es mit einer sogenannten Heldenepik zu tun, voraussichtlich entstanden im 12. Jahrhundert. Die erzählten Ereignisse liegen jedoch noch weiter zurück. Die Merkmale eines Heldenepos sind Verweise auf alte Zeiten, Heldentaten und vor allem Mündlichkeit. Viele Leute waren damals ja auch Analphabeten, deshalb wurden die meisten Geschichten auch mündlich weitergegeben. Anhand der ersten Strophe kann man diese Merkmale sehr gut erkennen. Wichtig ist, dass das Nibelungenlied mit der Langzeile und dem Endreim arbeitet und die Handschrift in meiner Textausgabe zumindest ist die Handschrift B, doch es hängt von der Ausgabe ab, an welche Handschrift sich orientiert wurde. Auf dieser Folie seht ihr die erste Strophe des Nibelungenlieds. Ich lese sie einmal vor. Uns wird in alten Erzählungen viel Wunderbares berichtet. Von berühmten Helden, großer Mühsal, von glücklichen Tagen und Festen, von Tränen und Klagen und vom Kampf töpferer Recken könnt ihr jetzt Erstaunliches erfahren. Und dort lassen sich eben diese Merkmale, die ich gerade benannt hatte, besonders erkennen. Einmal der Verweis auf alte Zeiten, so indem man sagt, uns wird in alten Erzählungen viel Wunderbares berichtet. Dann eben dieses Wort berichtet, das ist das Mündliche und die Heldentaten werden eben noch mal erwähnt, von berühmten Helden und großer Mühsal, von glücklichen Tagen. Und daran erkennt man eben schon, dass es sich um ein Heldenepos handelt. Das Nibelungenlied besteht aus insgesamt 39 Aventüren. Die ersten beiden beschreiben zwei der zentralen Figuren, Krimhild und Siegfried. Krimhild wächst im Burgundenland als Schwester von drei Königinnen auf Gunther, Gernot und Gieselherr. Und sie wird als überaus schön beschrieben. Sie leben dort in Worms am Rhein mit einer Heeresmacht. Die Mutter trägt den Namen Ute. Der Vater Dankrat ist bereits verstorben. Weitere starke Recken sind beispielsweise Hagen von Tronje und Volker. In der zweiten Aventüre geht's dann weiter mit Siegfried. In Niederland, in der Stadt Xanten, wächst er auf. Seine Eltern sind Sigmund und Sieglinde. Er erreicht mit den Jahren ein gewaltiges Ansehen und wird zum Ritter geschlagen. In der dritten Aventüre erfährt Siegfried von Krimhild und sucht nach einer standesgemäßen festen Verbindung. Also er möchte heiraten und die Frau muss unbedingt ebenbürtig sein. Und Krimhild kommt dazu natürlich sofort in Frage. Krimhild hat stattdessen bisher jeden Werber abgelehnt. Sie ist also eigentlich nicht an einer Heirat interessiert. Die Eltern von Siegfried warnen ihren Sohn vor den Burgunden, besonders vor den Gefolgsleuten. Siegfried reitet nur mit wenigen Begleitern nach Worms. Doch bevor er Gunther sprechen kann, lässt dieser Hagen von Tronje kommen, der sich mit Helden in anderer Länder auskennt. Doch auch er kann Siegfried nicht erkennen und trotzdem vermutet er, es könne sich um Siegfried handeln. Denn Siegfried hat eben dieses Ansehen mit den Jahren erlangt durch bestimmte Heldentaten und diese haben sich natürlich rumgesprochen. Hagen erzählt von Siegfrieds Taten, unter anderem bemerkt er, dass Siegfried zum Herrn über den liebe Lungenhort geworden ist und unter anderem unverwundbar zu sein scheint durch ein Bad in Drachenblut. Gunther beschließt darauf, den Helden freundlich zu begrüßen. Siegfried stattdessen droht mit Gewalt und zieht in Betracht, den Burgunden ihr Land wegzunehmen. Gunther lenkt in Strophe 125 ein und Siegfried gibt sich damit zufrieden. Krimhild sieht er jedoch nicht und sie beobachtet ihn lediglich vom Fenster aus. Er lebt dort insgesamt ein Jahr. Gunther erhält in der vierten Aventüre eine Kriegserklärung und Siegfried bietet seine Hilfe an. So reiten sie nach Sachsen und gewinnen den Krieg, unter anderem durch Siegfrieds exorbitante Kraft. Die fünfte Aventüre beschreibt ein Fest, das erste des Heldenepos. Dort sieht Siegfried Krimhild das erste Mal und ihre Begegnung ist definitiv von Liebe geprägt. Eine neue Figur tritt nun in der sechsten Aventüre auf, Krimhild. Wer sie umwerben möchte, muss sie in drei Kampfspielen besiegen oder verliert eben sein Leben. Und gerade Gunther möchte um diese Frau werben, während Siegfried noch immer Krimhild heiraten will. Dieser Wunsch soll ihm gewährt werden, sollte er Gunther zum Erfolg verhelfen. Sie reisen also zu Brünhild, um gemeinsam die Kampfhandlungen für sich zu entscheiden. In der siebten Aventüre finden diese Kampfhandlungen statt und Siegfried holt sich seine Tarnkappe, die er dem Zwerg Alberich abgenommen hatte. Siegfried verhilft Gunther getarnt zum Sieg, indem er die Handlungen ausführt und Gunther lediglich so tut, als würde er kämpfen. Sie siegen und Gunther erhält Brünhilds Herrschaft und kann sie aus diesem Grund dann auch heiraten. Nach einem Abstecher bei den Nibelungen und einer Botschaft nach Worms werden die Sieger in der zehnten Aventüre von Krimhild in Worms begrüßt. Es folgt eine Doppelhochzeit und Brünhild trauert allerdings um Krimhild, denn sie denkt, ihre Schwägerin würde unter ihrem Stand heiraten. Siegfried wurde ihr zuvor als Gefolgsmann vorgestellt und ja, wenn Siegfried ein Gefolgsmann wäre, wäre er natürlich nicht der Königsschwester Krimhild ebenbürtig. Sie will deshalb in der Hochzeitsnacht Jungfrau bleiben. Gunther will es darauf mit Gewalt probieren, doch sie wehrt sich und hängt ihn an einen Nagel. Dabei lässt sich schon erkennen, Brünhild ist eigentlich stärker als Gunther, weshalb es natürlich sehr ungewöhnlich ist, dass er sie in den Kampfspielen doch besiegt hat. Siegfried will ihm natürlich dann helfen mit Hilfe der Tarnkappe und Siegfrieds Kraft übertrifft die von Brünhild, sodass sie durch eine Vergewaltigung zu Gunthers Frau wird. Siegfried nimmt Beweise aus dieser Nacht mit, einen Ring und einen Gürtel und gibt beides Krimhild. Brünhild hat in dieser Nacht ihre Kräfte verloren. Doch durch diese Aventüre folgen natürlich weitere Missstände, die zu weiteren Konflikten führen, unter anderem durch die Heirat, die natürlich Misstrauen bei Brünhild weckt. Ja, und wir werden sehen, wie es weitergeht. Es geht erstmal weiter mit der Abreise von Siegfried und Krimhild. Sie sind schließlich jetzt verheiratet, also reisen sie zurück zu Siegfrieds Eltern. Krimhild bittet Hagen noch, sie zu begleiten, der sich allerdings dagegen entscheidet. Brünhild denkt noch immer in der 12. Aventüre über Krimhild nach. Warum trägt sie ihren Kopf so hoch, obwohl sie einen Leibeigenen geheiratet hat? Diese und weitere Fragen plagen sie eben, denn sie ist eben immer noch als einzige im Unklaren über die eigentlichen Tatsachen. In der Zwischenzeit vergehen zehn Jahre und beide Paare bekommen jeweils einen Sohn. Brünhild bittet Gunther, das Paar einzuladen, auch um ihrer Unwesenheit entgegenzuwirken. Siegfried und Krimhild entscheiden sich für die Reise, ihren Sohn lassen sie in Xanten. In der 13. Aventüre treffen sie in Worms ein. Ein böser Verlauf wird bereits angedeutet. Es folgt der Königinnenstreit, der ausschlaggebend für den weiteren Verlauf ist. Die beiden Königinnen streiten sich über den Stand ihrer Ehemänner. Brünhild vertritt die Meinung, dass ihr Mann Gunther den Vortritt haben sollte. Ihr erinnert euch, sie denkt weiterhin, Siegfried wäre ein Lehnsmann. Dem widerspricht Krimhild selbstverständlich. Der Streit entfacht und Krimhild gibt die Wahrheit über die Hochzeitsnacht von Brünhild in der Öffentlichkeit preis und bezeichnet sie als sogenannte Manneskepse, also eine Nebenfrau. Als Beweis zeigt Krimhild den Ring und den Gürtel. Somit wird Brünhild öffentlich gedemütigt. Das Schlimmste, was ihr eigentlich passieren könnte. Sie will selbstverständlich von der Schande befreit werden und Siegfried soll seine Unschuld beweisen und Gunther spricht ihn allerdings sofort frei, denn auch er weiß die Wahrheit über diese Nacht. In dieser Aventüre tritt auch Hagen von Tronje mehr und mehr ins Licht. Er lässt diese Geschehnisse nicht auf sich beruhen und schwört, die Ehre seiner Herren zu verteidigen. Die Recken verschwören sich darauf gegen Siegfried. Ein Plan zur Tötung wird schließlich entwickelt. In der 15. Aventüre erfährt Hagen von Krimhild, wo sich die verwundbare Stelle an Siegfrieds Körper befindet. Die verwundbare Stelle befindet sich zwischen seinen Schulterblättern aufgrund eines Lindenblattes, das sich dort abgesetzt hatte, während er in Drachenblut gebadet hatte. Er gibt eigentlich an, Siegfried schützen zu wollen, weshalb Krimhild ihm sein Geheimnis eben dann auch verrät. Indem Krimhild zu allem Überfluss auch noch ein Kreuz aus Siegfrieds Kleidung an diese Stelle näht, unterzeichnet sie indirekt sein Todesurteil. Und so wird es dann im Verlauf auch kommen. Auf der Jagd, die Siegfried noch sehr erfolgreich erlebt, wird er schließlich von Hagen getötet. Die 17. Aventüre ist die Traueraventüre. Hagen wird durch die Barprobe von Krimhild enttarnt, doch ihm geschieht nichts. Das ist natürlich ein weiterer Schlag für die Witwe. Der Vater von Siegfried reißt darauf ab und Krimhild bleibt in Worms. Sie lebt für dreieinhalb Jahre in Trauer. Nach den vielen Jahren verzeiht sie allen bis auf Hagen. Sie soll nach dieser Zeit ihr Erbe holen, den liebe Lungenhort. Doch Hagen nimmt ihr auch den Schatz und versenkt ihn im Rhein. 13 Jahre lebt sie darauf in Kummer. Nun beginnt eigentlich ein komplett neuer Abschnitt des Helden-Epos, denn der Hundenkönig Etzel sucht eine zweite Gemahlin. Seine erste Ehefrau ist bereits tot und so sucht er nach einer ebenbürtigen Nachfolgerin. Krimhild als Witwe und Schwester der Beguntenkönige kommt selbstverständlich in Frage. Das einzige Problem, welches besteht, ist die unterschiedliche Religion. Etzel schickt seinen Gefolgsmann Rüdiger dennoch zur Brautwerbung nach Worms. Er verbringt zunächst noch Zeit bei seiner Ehefrau und reitet danach ab. Die Hunden werden in Worms untergebracht und die Besucher tragen ihr Anliegen vor und Gunther entscheidet sich dazu, Krimhild zu fragen, ob sie der Heirat zustimmen möchte. Alle anderen, bis auf Hagen, sind bereits einverstanden. Hagen möchte ihr das Glück einer zweiten Ehe nicht gönnen, weil er ihre Rache fürchtet. Krimhild lehnt die Werbung erst einmal ab. Die unterschiedliche Religion beider ist der Hauptgrund. Rüdiger verspricht ihr so dann unter vier Augen, dass er sie für alles, was ihr widerfahren seid, zu entschädigen. Darauf stimmt sie der Hochzeit selbstverständlich zu. In der 21. Aventüre reist sie schließlich ab und macht sich auf den Weg in das Hundenland. Auf dem Weg zu König Etzel wird sie unter anderem von der Ehefrau Rüdigers begrüßt und kommt dort unter. Etzel reist ihr in der 22. Aventüre entgegen und sie treffen sich schließlich. Die Hochzeit findet am Pfingstwochenende statt. Trotz aller Freude empfindet Krimhild Trauer und muss noch immer an Siegfried denken. Es vergehen zunächst sieben Jahre. Krimhild und Etzel bekommen einen Sohn namens Ortlieb. Bis zum 13. Jahr im Hundenland erlangt Krimhild großes Ansehen. Nach all den Jahren denkt sie dennoch weiterhin an Vergeltung. Vor allem an Hagen möchte sie sich rächen, aber auch auf Gunther ist sie nicht gut zu sprechen, da er sie an einen Heiden verheiratet hat. Die unterschiedliche Religion scheint also immer noch ein Problem zu sein. Sie fragt Etzel, ob sie ihre Verwandten einladen könne, natürlich mit dem Hintergedanken, ihre Rachepläne umzusetzen. Etzel erlaubt es und Boten werden nach Worms geschickt. In der 24. Aventüre erreichen die Boten Worms und überbringen die Einladung ins Hundenland. Die Burgunden begrüßen die Einladung, nur Hagen ist dagegen. Dieser Herr macht sich fast über den Recken lustig, als er meint, dass Hagen einfach in Worms bleiben könne. Dies weist Hagen natürlich zurück, rät allerdings gut gerüstet zu reisen. Die Boten reisen mit der Zusage zurück und berichten Krimhild, dass Hagen von Tronje auf jeden Fall anreisen wird. Die Burgunden reisen ebenfalls ab und erreichen nach zwölf Tagen die Donau. Das Wasser steht so hoch, weshalb sie vor dem Problem stehen, an das andere Ufer zu gelangen. Hagen wird damit beauftragt, sich um eine Lösung zu bemühen. Er trifft auf seiner Suche nach dem Fährmann auf ein paar Frauen. Er nimmt ihnen die Kleider und im Gegenzug sollen sie ihm die Zukunft voraussagen. Sie sagen ihm den Betrug voraus und raten ihm, umzukehren. Der einzige Mann, der zurückkommen wird, wäre der Kaplan. Sie sagen ihm noch, wo sich der Fährmann befindet und dass er sich als jemand anderes ausgeben solle. Der Fährmann erkennt allerdings den Betrug. Ein Kampf entsteht und Hagen tötet den Fährmann. Daraufhin übernimmt Hagen die Rolle des Fährmanns und setzt die Burgunden über. Den Kaplan wirft er über Bord. Dieser schwimmt zurück ein Ausgangsufer. Damit ist die vorausgesagte Zukunft für Hagen natürlich bestätigt. Hagen erzählt den anderen ebenfalls von der Zukunft. Danach werden sie in Bayern angegriffen. In Rüdegas Land kommen sie schließlich unter. In der 27. Aventüre verlobt sich Gisela mit der Tochter von Rüdiger. Sie soll ihn auf dem Rückweg nach Worms begleiten. Durch diese Verlobung sind Rüdiger und Gisela natürlich auf eine gewisse Weise verbunden, was später allerdings zu einem Problem wird. Bei der Abreise beschenkt Rüdiger seine Gäste. Gernot erhält das Schwert, durch das Rüdiger später ums Leben kommen wird. Auf dem Weg treffen sie auf Dietrich von Bern und dessen Männer. Er warnt die Burgunden vor Kriemhild und verrät, dass sie Siegfried noch immer beweint. Trotz aller Vorwarnung reiten sie an den Hof. Kriemhild begrüßt ihre Verwandten, sie verlangt den Nibelungenschatz. Doch dieser liegt für immer im Rhein. Die Waffen werden ihr ebenfalls nicht ausgehändigt. Volker und Hagen setzen sich gemeinsam vor ein Haus. Währenddessen werden sie von den Hunden und Kriemhild beobachtet. Kriemhild wird bei dem Anblick an ihr Leid erinnert und kommt mit 400 Männern auf die beiden Recken zu. Als sogenannte Antwort legt Hagen Siegfrieds Schwert Balmung in den Schoß, was die Königin natürlich erneut an ihren Schmerz erinnert. Sie droht Hagen darauf und zieht sich mit ihren Männern zurück. Volker und Hagen gesellen sich stattdessen zu Etzel und Gunther in den Festsaal. Kriemhild schmiedet gegen Abend weitere Pläne. Die Burgunden begeben sich zur Ruhe und Volker und Hagen übernehmen die Schildwache. Die Hunden wollen den Saal angreifen, bemerken allerdings die beiden Recken und ziehen sich ein weiteres Mal zurück. Zu Beginn der 31. Aventüre gehen die Hunden und Burgunden in die Kirche. Bewaffnet gehen die Burgunden zum Münster. Etzel fragt nach dem Grund der Bewaffnung und Hagen begründet den Aufzug als Brauch, der drei Tage eingehalten werden müsse. Danach folgt ein Bohut, dem Etzel und Kriemhild als Zuschauer beiwohnen. Es kommt zu Spannungen, als Volker einen Hunden umbringt. Etzel schlichtet den Streit, während Kriemhild sich an Dietrich und Hildebrand wendet. Die beiden weigern sich jedoch, gegen die Burgunden zu kämpfen. Die Burgunden und Hunden befinden sich nun größtenteils im Palast. Dankwart und weitere Männer sind in der Unterkunft der Burgunden, die vom Bruder Etzels, Blödel, feindlich eingenommen wird. Er erklärt seine Racheabsichten und Dankwart zögert nicht lange und tötet den Mann. Der große Kampf beginnt. Etzels Männer erfahren davon und rüsten sich, um den Verlust Blödels zu rächen. Dankwart ist der letzte Überlebende, der Burgunden. Er erreicht den Palast und berichtet den Burgunden von dem Vorfall. Dankwart soll weiter die Tür bewachen und Hagen wird vom Zorn ergriffen und tötet den jungen Ortlieb. Die Kämpfe beginnen nun auch dort. Kriemhild bittet Dietrich um Hilfe. Er darf den Raum zusammen mit Kriemhild und Etzel verlassen. Danach sterben die restlichen Hunden im Saal. Dieses dritte und letzte Fest lässt sich als Anti-Fest bezeichnen. Etzel und Kriemhild müssen sich nun einen anderen Plan überlegen, um die gefallenen Hunden zu rächen. Weitere einzelne Kämpfe zwischen den Hunden und Burgunden finden statt. Zum Beispiel kämpfen Ehring, ein Maggraf von Dänemark, und Hagen gegeneinander. Doch Ehring muss erfolglos zu seinen Männern zurückkehren. Der Däne versucht es ein zweites Mal und wird von Hagen getötet. Etzel will nach weiteren Kämpfen keinen Frieden mehr akzeptieren. Kriemhild zündet den Saal an. Um sich zu schützen lässt Hagen die Männer das Blut der Toten trinken. Sie gewinnen so neue Kraft. Schließlich kommt Rüdiger an den Hof. Bei seiner Ankunft erinnert Kriemhild ihn an seinen Schwur. Er willigt nach mehreren Bitten ungern ein, da er durch die Verlobung seiner Tochter mit den Burgunden auch mit den Wormsern verbunden ist. Hagen lehnt es ab, seine Hand gegen den Freund zu erheben. Volker versichert dasselbe, und so erschlagen sich Gernot und Rüdiger gegenseitig. Sowohl die Hunden als auch die Burgunden trauern um den Verlust des Bechelaren. Dietrich erfährt von den Unruhen und schickt Hildebrand, um Näheres zu erfahren. Hildebrand erfährt vor Ort von dem Tod Rüdigers und fordert die Herausgabe des Leichnams. Dabei entsteht ein weiterer Streit. Volker wird von Hildebrand dabei getötet. Hildebrand kann verletzt entkommen und berichtet seinem Herren davon. Dietrich trauert um Rüdiger und entscheidet sich dazu, persönlich an den Hof zu reiten. Die Burgunden bestehen mittlerweile nur noch aus Hagen und Gunther. In der letzten Aventüre schafft es Dietrich, den Reckenhagen zu besiegen und führt ihn zu Kriemhild unter der Bedingung, dass er am Leben gelassen wird. Hagen wird in den Kerker gebracht. Dasselbe gelingt ihm bei Gunther. Die beiden Recken werden getrennt eingesperrt. Das Versteck des Hortes erfährt Krimhild von Hagen nicht. Sie tötet als Maßnahme, um den Ort natürlich zu erfahren, Gunther und geht mit dessen Kopf erneut zu Hagen. Doch auch dieses Mal verrät er das Versteck nicht. Sie tötet Hagen ebenfalls mit Siegwids Schwert. Er zischmerzt dieser unwürdige Tod und Hildebrand rächt die Burgunden, indem er Krimhild tötet. Das Heldenepos endet mit der Klage der letzten Hunden. Die letzte Folie soll euch nochmal einen Gesamtüberblick über die Handlung geben. Anhand einer Mindmap habe ich versucht, nochmal die wichtigsten Orte und Figuren zusammenzufassen. Also gibt es einmal links oben Xanten in Niederland, dann Worms im Burgundenland, das Hundenland und Isenstein. Und natürlich die vier Hauptfiguren Siegfried und Krimed, die miteinander verheiratet sind, und Brünhild und Gunther, die ebenfalls verheiratet sind. Der Königinnenstreit ganz in der Mitte ist natürlich der ausschlaggebende Punkt, der zu der Katastrophe am Ende führt. Zu Siegfried gehört natürlich der liebe Lungenschatz. Allerdings wird die zweite Herrin, beziehungsweise sogar die dritte Herrin, Krimhild. Und der vierte ist dann Haken. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Mindmap gibt euch nochmal einen groben Überblick über die Gesamthandlung. Ich hoffe, das Video hat euch einen guten Überblick verschafft oder vielleicht auch einen Anreiz gegeben, das lieber Lungenlied zu lesen. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch um einen Einblick in die mittelhochdeutsche Sprache zu erlangen. Und in einem anderen Video versuche ich nochmal detaillierter auf bestimmte Themen einzugehen. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.